Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Chivalry Deadly's Warrior mit mir, eurem Masteroff. Und wir werden mal wieder Piraterie betreiben auf dem Franzosen-Server. Ja, das sind dann wohl drei Folgen auf dem Server, den ich hier verübe. Und zweimal davon, oder dreimal als Pirat und einmal als Wikinger. So, der Darkill ist wieder hier. Das freut mich natürlich. Und wir sind hier, ganz alleine. Und wir schauen mal, was wir machen könnten. Ja, lieber Darkill, schauen wir mal, ob wir diesmal mehr Erfolg haben. Wir zu zweit. Aber, solange wir nicht direkt in Kämpfe gehen, könnte das ja noch was werden. Vielleicht ist ja hier noch irgendwie jemand. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist diese Welt... Hier ist niemand. Oh, da habe ich jetzt jemanden gesehen. Äh, Wikinger. Der will mich natürlich als Angriffsziel. Oh, oh, oh. Also, ich bin nicht mehr ganz so gut. Ja, Mistkerle. Okay. Ja, was soll man denn gegen so viele Dings machen? Und die haben nämlich zweimal mit ihren scheiß Sperren getroffen. Scheiße, verdammte Mann. Das ist unglaublich. Einfach mal so getroffen, ja, ja. Liebster Satzai. Ja, haben sie mal eine kleine Jagd auf die Piraten betrieben? Hatte ihr gedacht, das seien, ähm, naja, Wikinger. Aber es waren in der Tat Spandana, die uns dann, äh, naja, ordentlich, ordentlich getötet haben, ja. Dagegen kann man auch nichts machen, wenn die unendlich mal schmeißen und treffen. Äh, ja. So ist das. Da hast du recht. Aber, das ist nun mal so, solch eine Art von Spiel. Ein Teamkampf. Da kann man wohl nichts machen. Ist eben kein Duell-Server. Ähm, ja. Los. Die Seite, die Wikinger gewinnen. Ja, das freut mich natürlich. Einer gegen drei, hä? Das ging wohl nicht. Tut mir echt leid. Aber es sind irgendwo die Wikinger, über die er sprach, der Player. Oh, wir sind jetzt plötzlich sehr viele Piraten. Ähm, das freut mich. Ich und Darkle waren immer alleine. Jetzt sind wir hier. Er hat keine Punkte gemacht, so wie ich, okay. Jetzt sind wir hier zumindest in guter Gesellschaft. Ich war Darkle. Ja, natürlich sind wir das. Jetzt mit unseren Freunden werden wir hier mal die Oberhand gewinnen. Jetzt sind wir nämlich zu viert. Das ist eine sehr gute Sache. Nee, das war nichts. Okay, hier müssen wir aufpassen. Ja, Robatnik. So, das war ein Hit. Ja. Okay, war ja so klar. Von hinten, oder was? Ja, geil. Die Leute sind schon alle tot. Ja, geil. Einer hat so überlebt hier. Und er hat Lust gemacht. Ah, verdammt. Dann hätte ich aber gleich mal Noobst, der Player 700. Aha. Nur weil andere hier auch mit eingreifen. Aber na gut. Ich bin hier Rank 12, wie man sieht. Das ist doch sehr schön. Ein Rank 12 Pirat, der sich leider viel zu leicht erwischen lässt. Aber das kommt davon. Ja, leider. Ich kann nicht jeden Tag spielen. Hab nämlich viel zu viel Arbeit. Im Moment. Naja. Los, töte ihn. Ha, das hast du gut gemacht. Oh. Los. Ach, die Wikinger sind ja nicht unbedingt meine Freunde. Die haben mich gerade getötet. Ja, zumal ja leid. Dann bleibt aber nur die Wahl zwischen, naja, zwischen denen oder, naja. Dann nehmen wir uns, ich fürchte, die Wikinger werden Gewinn, obwohl. Er hat den einen noch ausgemerzt. Das ist sehr gut. Ja, jetzt hat er sich sogar seine Shit entledigt. Du musst also beherzigt angreifen. Du hast ein Shit, nutze es. Ja, sehr gut. Ha, jetzt hat er hier sich entwaffen hinlassen. Sehr gut. Ja, wir sind aber bei Last Team Standing. Yo, wo sind eigentlich unsere anderen? Ja. So, wir sollten euch... Ja, ja. Erste, was wir eigentlich machen sollten, ist uns zu vereinen. Mit unseren anderen Kollegen, aber ich sehe keine. Oh, wir sind auch zu zweit nur, ja. So, dann machen wir das mal. Äh, wir wählen... Sind nicht als Anführer gedacht. Darum verfolgen wir die Leute mal, ne? Von hier kann ich nichts treffen. Oder? Nein, aber... Da er sich da hinauswagt, sind sie wohl alle abgezogen. Hehehe. Ja. Okay, das ist nicht so gut. Dann will ich mal... ...die Wirklichkeit hier... ...den Ritter zu jagen. Oh, oh, oh. Da sind die Spartaner auf dem Weg. Hm. Ha, ha, ha. Das hatte ich auch mal gemacht. Aber okay. Ich werde mir Munition angeln. Ja, ha, ja. Oh, oh. Ja. Tot hier. Das ist sehr schön. Damit haben wir einen Spartaner erledigt. Das ist sehr schön. Jetzt müssen wir uns... Hey. Mist, Kerl. Und jetzt? Ah, ja. Gut so. Ich bin auch so gut wie geheilt. Ja, dann können wir ja weitermachen. Ja, sehr gut. Da sind sie also. So, das ist die Einzigen, ne? Er hat einen hohen Rang, oder? Der Dumbo. Oh, oh, oh. Okay. Immer ein bisschen zurücklaufen. Ja. Oh, oh. Ha, 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 ha. WTF? Wie ging das denn? Ich hatte gerade... War gerade dabei in der Zwitten von der Seite. Aber stattdessen wurde ich gekillt. Na, egal. Noch haben wir hier... Ja. Ja, das hast du gut gemacht. Ja, Mann. Oh, das war gut. Damit haben wir einen Sieg. Dank ihm, dem Moncombo. Der ist ein guter Anführer. Ja. Ja, da habe ich Cheers gesagt. Okay, ich weiß nicht, ob es schlau ist, aber... Das sind die Gegner. Ich bin ja eher dafür, dass wir uns anfangs zurückhalten. Bevor wir uns hier... Ja, da haben wir doch einen Sieg. Ja, ha, ha. Oh, nein. Ich habe die Reichweite... Ah, die Reichweite nicht gedacht. Das war nicht so gut. Diese verdammte Reichweite. Okay. Tut mir echt leid, Mister. Da haben wir doch ordentlich kassiert. Oh, er hat sechs Leute getötet. Also... Eine gute Anzahl, würde ich mal sagen. Und wir haben zusammen, dank ihm, eigentlich nur wirklich einen Punkt bekommen. So, dann sind wir ja, obwohl wir nur zu zweit sind, auf selber Ebene wie die Wikinger und die Spartaner. Das ist doch genial. Ja, aber die anderen, also Samurai und Ninjas sehen auch nicht besser aus. Und die Ritter. Die müssen ja auch mal einen Punkt bekommen, eigentlich. Aber... Da bin ich auch froh, wenn wir nie, dass er gewinnt, als dieser Mareich, hat er den Punkt bekommen, als die anderen. Oh, Mensch. Ja. Hm, hm, hm. Äh, ein 3. Was weiß ich, all sucks balls. Oh, mein Gott. Okay, es scheint nicht sehr viele Server gerade online zu sein. Habe ich auch schon bemerkt. Warum auch immer. Äh, ja. Los. Das hast du gut gemacht. Samuel Jackson. Nicht nur einen tollen Namen, sondern auch sehr viel Skill hier. Äh, aber ich fürchte, du hast, mehr kannst du nicht. Oh. Das wäre, wow. Das ist mir verarschen. Er hat, drei von drei Wikinger, er hat zwei getötet. Und nur, um dann doch noch zu sterben. Schade. Und die anderen sind ja auch Low Rank. Buggy Weapon, sagt er. Jetzt bin ich nicht allein, oder? Ne. Ah. Okay. Mr. Mogumbo. Bitte. Führ mich in den Sieg. Nein, tut er nicht. Ja, dann verstecke ich mich hinter ihm. Erstmals, bis er wieder aufwacht. Hm. Was soll ich denn sagen? Hm. Oh. Okay. Hahaha. Hahaha. Okay. Die hittet mich nicht so leicht, wie es aussieht. Ah, Mist, Kerl. Okay. Ja, da bin ich dann gestorben, weil ich bei meinem Kameraden geblieben bin. Ja, jetzt verdammten. Weißt du, nur weil er gerade auf Kawa war. Verdammt. Dann freuen die sich. Lächerliche Typen. Lächerlich, sage ich nur. Na ja. Na ja. Ja. Egal. Der ist verbrannt, wie es aussieht. Sehr schöne Sache. Sehr selten, meine Lieben. Da. Sind noch mehr als in der Reihe, ne? Und da. Ja, los, tötet die Ninjas. Die haben sowas schon verdient. Ja. Stört ihr alle. Ja. Das ist, den, das haben die verdient, aber so richtig. So, jetzt verbleiben wir eigentlich nur noch die Spartaner, oder? Ja, das ist ja gut. Ja, das hoffe ich doch. Los, tötet. Oh, das war ein deutlicher Treffer daneben. Okay. Okay, da muss man jetzt aufpassen. Oh, aber. Sehr gut gemacht. Weil die haben eben, sind sehr langsam. Aus der Entfernung greifen die aber dafür eben besser an. Aber sobald man einfach nah ran ist, muss man wieder versuchen, vielleicht ein bisschen die, naja, Distanz zu wahren. Wenn man greift ja hier von hinten an, oder hat es versucht, aber er ist ganz alleine. Und, ja, die sollen mal reißen hier eindeutig in der Überzahl. Die Wahrscheinlichkeit, dass er alleine also gewinnt, ist gleich null. Auch wenn er ein Spartaner ist. Tut mir echt leid für die Spartaner. Aber, dein Ende kommt. Hier hast du nicht so einen taktischen Vorteil. Ja, ja. Der fehlt dir, eh? Denn nur so konnte der gegen eine Überzahl gewinnen. Naja, oder lange überstehen. Nicht wirklich gewinnen, aber lange überstehen. Anders geht's ja nicht. So, ist er wieder hier. Da. Ich fürchte, er ist immer noch AFK. Hm, was mache ich jetzt? Verstecken würde ich ihn ja gerne, aber es geht nicht. Ich schätze, ich bleibe aber nicht bei ihm in der Nähe. Solange er AFK ist. Ähm. Sollen wir nur ziehen als Alarmanlage, quasi? Ne, da ist er ja. Ha, 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 ha. Okay. Das freut mich natürlich, dass er hier ist. Na gut. Damit haben wir ihm den Weg ein bisschen abgeschnitten. Uns aber natürlich auch. Und hier... ... sind wir dann gezwungen gewesen, natürlich den Weg zu nehmen. Äh. So. Hey. Hey. Okay. Oh oh. Ich tue mal meine Waffe wieder. Ne, oder? Lol. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass dieser Wikinger, dass mein Freund so schnell stirbt, konnte er nicht mal... fucking P-Rex. Ja, ja. Ich könnte ja nicht mal hier... Was sagt er aus dieser... dieser Ritter, oder? Warner, Ellie? Nein, tut mir leid. Ja, das hätten wir machen sollen. Das stimmt wohl. Wahre Worte mal früher, ey. Ich habe es leider vorher nicht gesehen. Dass er was in den Thread geschrieben hat. Na ja. Los, töte ihn! Äh, WTF? Noch ist er hier. Stirb! Verdammt! Ja, da hat er kassiert. Töte ihn! Töte ihn! Du schaffst das gegen ihn. Auch wenn du vorhin verloren hast. Das war nur, weil du sehr stark verletzt warst. So. Nein, nein. Oh oh. Du bist aus deinem Konzept gekommen. Los, töte ihn! Du hast keine großen Chance, wenn du so weiter machst. Oh, er hat einen Hit gelandet. Okay. Oh, ein harter Konzept. Okay. Er geht zurück. Ich weiß nicht, ob er sich regenerieren will. Okay. Oh, das sieht nicht cool aus, wenn es so weiter geht. Ein wirklich harter Kampf. Und unentschieden, oder? WTF? Zeit ist um. So, ja. Ja, ja. Jetzt hat er doch verloren. Aber vorher hat er die Zeit genutzt. So, wir sind ordentlich getrunken. Ich sehe nichts mehr. Wieso noch? Achso. Bei mir nicht, dass er jetzt so reingekommen ist von uns. Hä? Warum schießt er einfach? Da, kümmere dich um den Wickel, ja? Ah, toll. So, ich habe einen Hit gelandet auf jeden Fall. Ah, und dann nebengetroffen auch noch. Aber okay. Oh, die Wikinger haben einen, der dich kassiert. Die dachten wohl, wir sind sehr schwach. Trotz, dass sie mich überraschend angegriffen haben hier. Ist nichts passiert. Da muss ich auch mal lachen. Ihr verdammten Wikinger. Ja, da sehe ich, dass da welche kommen, mein Herr. So, wir lassen uns hoffentlich diesmal nicht umnieten. Okay, wir haben nachdem wir ihn getruntert, haben wir uns noch zu uns gewechselt. Oh. Hä? Ja, das war ein guter Hit. Verdammter Spartaner. So. Was wollen wir machen? Hey, wieder ist er hier. Hier ist keiner mehr. Okay. Wir haben also... Hm, wo ist er denn? Na egal. Ich fürchte, wir haben ihn aus den Augen verloren. Aber... Ah. So, das war ein Treffer. Ha, 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 ha. Okay. Mist. Daneben. Okay. So. Ah, noch ein Hit. Scheiße. Läuft. Verdammter Mistkerl. Ja. Mistkerl. Ja, danke. Okay. Huhu. Okay. Oh, dieser verdammte Spartaner ist dann uns da noch in die Aquare gekommen. Kann ich einfach schießen, wenn der da ist? Mist. Der Nehmer noch. Ja. Nicht gehittet. Okay. Dann werden wir... Also wir gewinnen gerade, wenn ich das so richtig sehe. Naja, gut. Und dann schauen wir, ob wir oder die Ritter einen Punkt kriegen. Achso, das ist noch nicht der Ritter. Hahaha. Ja. Ich trinke mal hier drauf ein. Lecker. Ja. Ja, das ist sehr schön gewesen, ne? Das ist sehr schön gewesen, ne? Okay. Wir haben noch einen Punkt. Zur zweite. Zusammen können wir jetzt sogar noch gewinnen. Puh, 600 Punkte habe ich immerhin. Das ist doch... Das bedeutet, ich habe ziemlich viele... Achso, wegen Surviving einmal... Einmal getötet. Dann habe ich dreimal... Ne, sechsmal assistiert scheinbar. Okay. Das ist doch... Oh, oh. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nicht direkt in unseren Tod wandern. Ich schaue mich mal hier kurz um. So. Ah, den Weg wollen wir so gehen. Wieso auch immer. Weiß nicht. Steh ist niemals. Okay. Dann... Haben wir das ja sehr gut gemacht. Hier, uns her zu bequemen. Wenn kein Gegner da ist. Oh, hier beginnt der Kampf. Mist. Das war natürlich... Kill Assist. Habe ich gerade über den Dock getroffen, oder was? So. Wieder getroffen hier. Oh, oh. Ha! Ja. Dachtest du hier, hä? Mist, Kerl. Da hat er mich tatsächlich getroffen. Oh, Mann. Ja. Schau, wie er lacht. Ha, ha, ha. Ha, dieser dreiste Spartaner. Ha, dieser Samuel. Der ist aber gut, oder? Ja, doch schon. Oh, 21 Leute gekillt. Nein, 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 nein. Also, solange die Wikinger nicht gewinnen, ist das okay. Weil dann haben wir immer noch eine Chance selber zu gewinnen. Oh, aber... Los! Stirb, Wikinger. Tötet ihn. Rage Springer. Wo ist der Samuel? Ist der schon tot? Die sind alle tot. Wow. Na gut. Spartaner. Ah, das sieht nicht gut aus. Aber noch haben wir zwei Ninjas, die sich sehr gut versteckt haben. Das könnte also noch die Wende bringen. Los. Füllte ihn. Oh, muss abpassen, mein Lieber. Ja, los, schmeiß dann die Ninja-Sterne gegen ihn, Dr. Robotnik. Du hast wohl abgenommen, wenn ich das mal sagen darf. Oh, Mensch. Ich fürchte, Mr. Dings wird sterben. Ja, ihr könnt auch ausweichen. Wisst ihr das? Ja. Wow, das hat er voll gut gemacht. Oh, oh, oh. Hier musst du aufpassen. Oh, oh, oh. Ja, das machst du gut. Nein, nein, nein. Pass auf. Du musst es überleben. Warte, warte, hat er gerade gesprungen und gekickt? Schade, die Wikinger haben gewonnen. Ah, Mensch. Naja, schade, würde ich sagen. Aber unsere Zeit ist auch damit vorbei. Vielen Dank, dass ihr zurückgeguckt habt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Let's play Schmiri Deadly's Warrior mit mir. Oh, maße auf.